Hallo Freunde von World War Z. Das Schreien unzähliger Schwärme überträgt das Donner in der leistungsstarken Ballistik. Während die Armee erbitter gegen die Zambitskäme versuchen, vier verzweifelte Überlebenden in den Herzen zu erreichen und im Wahnsinn zu entkommen. Die vier sind wir und ich bin die geile asiatische Schnitte im Panda-Pullover mit dem Panda hinten dran. Viel Spaß beim Zusehen in diesem kurios, kräftig verwirrenden New York Kapitel 3. Ah, der spielt logisch. Ich finde es gut, dass ich immer mit der Crap-MP starte. Ja, das ist deine Startwaffe. Wenn ich die nicht ausmache. Das ist deine Klassenwaffe. Ich muss quasi mit der Klassenwaffe starten, damit ich mal eine geile MP bekomme, oder was? Dann kannst du deine Klassenwaffe ganz so upgraden. Ja, ja, aber nur wenn ich sie spiele. Riese Crap. Hm? Bleib ruhig. Ey, das ist rotes Wasser. Schieß mal drauf. Nein. Nein. Ihr müsst euch angewöhnen, alles was am Boden liegt braucht einen Headshot. Die sind nämlich nicht tot, ne? Die tun nur so. Die können nicht Ketten sehen, jemals. Suche ich die Umgebung ab. Na, hier ist eine Super-Shotgun noch. Oh. Noch keine. Oh. Oh. Nehmen Reload. Muss einfach mehr schlitzen. Sharky ist der Schlitzer vor dem Herrn. Nein, ich bin doch Schlitzer. Machbar so leise ist. Sharky ist doch der Sprengstoff-Bulle, oder? Ich habe eine T-Tasse dabei. Nein, das ist... Das kannst du nicht klauen aus. Oh, da. Rhodey, komm doch. Rhodey, wo bist du denn? Nein, das klingelt. Ich habe eine Sprengladung. Hier ist noch eine Waffenkiste. Oh, ja. Ich komme. Ich schütze dich, Rhodey. Das wird funktionieren. Bleib stark. Wir haben einen Sprenger. Oh, da ist nur... Na ja. Ich nehme, was ich kann. Das ist okay. Da brennt's. Links kommst du rum, Dennis. Ach, Dennis ist an der... Da wird sicherer sein. Bleib zusammen! Schütze Dennis. Er ist an der Klingel. Ich hätte sich über Sessenbescheid vergessen wahrscheinlich. Brandine, Polizei. Ich bin Polizei. Ich bin, ich bin. Mit uns. Mit uns. Dann, wir haben ein paar Freunde. Ah, da ist er wieder. Sehr gut. Das ist übrigens meine leise Glock, die... Brrr, brrr, brrr. Als österreichischer Asiatin schießt man immer mit einer Glock. Österreichischer Asiatin. Hier ist was zum Sprengen. Falls jemand was zum Sprengen hat. Ja. Hier ist ein Tastenfeld. Da gibt's Tools. Da gibt's Tools. Aber werden wir weggemessen. Was? Beim Sprengen. Oder macht das Damage? Ja, ein bisschen. Bis vielleicht nicht sofort an der Tür stehen, ne? Mach mal die Tools mit hier. Automatische Schützung. Plus... Hier ist was zum Heilen. Aber wir haben es alle voll, ne? Ja. Andere hat ein bisschen... Oh! Oh! Schützt die Asiatin! Oh! Schützt die Asiatin! Was? Hallo? Wenn's überlebt. Muss ich das zweimal sagen? Achtung! Gibt's Munition? Gibt's Munition drin? Ne, ne? Weiß ich will ja nichts sagen. Aber... Wir haben zwei Schwarze. Und einen Latino. Ich glaube, ich bin die Bevölkerungsgruppe, die am Schützenswert ist. Ja, da... Zwei Schwarze? Ja. Aber der ist nicht schwarz. Komisch. Hallo? Wenn Dennis nicht schwarz ist, dann weiß ich jetzt auch nicht was. Ich bin ein Mexikaner, oder? Achtung! Da ist was Bitteres als... Zicke Stunt, aber Nats ist sie weg. Der Nats ist Ende Gelände. Er hat mich, er hat mich! Der Fette hat mich! Danke schön! Ja, nice! Vielen Dank! Nein! Dennis ist alleine! Komm, Dennis! Egal! Egal! Heute sind wir auch schon ein paar mehr. Ah! Schlitz! Schlitzi! Schlitz auch! refrigerier! Oh! Kloch, regelt! Ahh! Wir müssen die Spreame halten! Wiekay! Alter! Wie komm denn du noch? Das ist live belastet ja! Wo ist denn der Sch*** Spreame-Header? Wir müssen einen Schlitzkreis bilden. Ist hier Mooney irgendwo? Keine Ahnung. Au! Hallo, du hast mich eingeschossen. Achtung. Nein, ich kann schon. Theoretisch habe ich selbst auch. Aber ich heile dich danach auch, Dennis. Wir sehen uns gut. Nein, nein, nein. Ich starte. Ab. Oh, scheiße. Ah, scheiße. Ich bin da. Ja, ich bin da. Moment. Ah, der ist noch ein Zombie. Du deckst du uns schon, okay? Ja, Gas, Gas, Gas. Beheil dich. Ja, bitte. Komm rein da. Ich heile dich da drin. Da ist was. Dennis, pass auf. Da ist was. Nein, hier hinten. Ja, ja, ja. So, jetzt deck ich dich. Aber ich heile dich, meine ich. Danke. Bitte. Wir brauchen unbedingt... Springen jetzt hat sonst keiner mehr, ne? Nein. Nein. Muni brauchen wir. Hm? Ja. War schon am Schauen. Uh! Wo? Wo sind die runter? Hier ist ein MG 11, ja. Oh ja, nehme ich mit. Ich habe noch 12 Schuss. Ich habe nichts mehr. 18 in der Pistole. Granatwerfer. Granatwerfer im Rücken. Ich gehe noch ein bisschen mit links zu Sharky. Mit links zu Sharky, gut Deutsch. Mit links zu Sharky. Tare! Ich kann auf die Pistole. All right, let's get out of here. Wo? Wo sind die Krims von? Creeper! Rodi, waren du mehr als die... Hinter dir, Rodi. Hinter dir, Rodi. Ja. Hier ist eine Sprengladung. Ich habe eine Sprengladung. Ja, ich habe hier Zombies. Du rennst immer... Du rennst immer... Oh shit. Tank, 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 tank. Gib ihm Sharky. Mach eh so. Ich muss auf die Draht. Dankeschön, ich habe es nicht geschafft, ihn zu tasern. Und ich kann dich enthalten. Renn nicht, fahr, Alter. Ja, ich... Wir brauchen Muni. Oder irgendwas. Da ist was. Elektro-Klarungen. Warte auf, er reiche Wammer. Unbedingt Munition, ne? Oh, scheiße. Komm, du bist. Oh, interessiert endlich wieder. Das geht, das geht. Lauf, 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 lauf. Wir schlitzen uns den Weg, Freude. Freischuss. Hier ist Munition. Und, Achtung, Küper. Lern nach oben. Hier ist Munition. Hier ist Munition. Hier ist Munition. Jetzt Munition. Hier ist 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 Munition. Lass ihn zuerst rein. Da. Destinieren. Oder... Was ist das für einer? Das ist der... Der Betroffner. Der... Zwanzierter. Legt es mal für Scheiße. Der Typ überlebt ja alles. Ja, ich hab den je wie Zimmer getötet. Was hab dann? Wischöne Waffen-Kampfstoffe finden? Die könnt ich ja eigentlich auch benutzen, um ihm mal zu leveln. Naja Kompakt MP Wie will ich ja die Kompakt MP? Die Kompakt MP müsste ich auch mal leveln, aber die ist doch kacke So, warte geht's Ach nee Stier Du du da Er ist äh, für Granaten oder so? Ah, Schacki Alles gut, alles gut Wir müssen uns hier fortifyen übrigens Ach, hinter uns, hinter Der ist übrigens eine AK-47 verzuwandelt Ja, die hab ich halt nicht gelernt Wo müssen wir denn? Ach, da drüber Okay, also wir gehen zu euch in die Putzen und da wird fortified Fortified Da ist eine Ausrüstungskiste Habt ihr noch Toolbox gefunden? Ja, hochspannend Ich kann hier was bringen, Acht Kinder und Twisten nach Sai Ihr seht übrigens schon, Zombies da noch Hier sind noch zwei Toolboxen bei ihnen Wow Wow Habt ihr schon aktiviert? Nein, das ist Nein, das ist Da war ich mir so ein komischer Typ Hier ist was zu interagieren Shit, da gibt's noch Waffenkisten Nicht interagieren Da wäre ein Pulp-Up-Gewehr Wo, 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 wo BWD, was ist das? Okay Are you ready? Personal Defense Weapon ist die BWD Nein, 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 nein Wir sind zwei Geschützer, die bebannt werden müssen Und der eisner Revolver Ja, alles klar Revolver sekundär Will niemand? Geh ans Geschütz Deck Dennis wieder Ja Einfach hier starten Deck Demon Shark ja auch Rowdy Ja Ganz gezeichnet, let's go Ja Ich bin an den Train-Kontrollen Geh in die Revolver und zuerst Er ist wirklich lang Oh shit Wartet, wartet und wenn wir noch auf sie schießen, dann fiss die auch nicht taunen Die kommen Die kommen Eyes on the roof Und weiter Ah Ach die Scheiße, die kommen hier wieder Ich war ein bisschen am Zahnsinn Meines alle Wenn ich erst durchkomme Hab ich Ja Alles gut hier Bis dahin Ah fuck Achtung Ja Kokonabär Ja Nachmittag Aufmannsch servicio Uff Hier oben Oh Kommt nochmal ein hoch Du musst dich kurz heilen. Ich hab den Moni leer. Oh scheiße, ein dicker. Gibt's da hinten, oder? Da ist er, der ist durchgelaufen zu euch. Ja, es gibt nichts. Hafen. Warte, ist drücken. Ich muss mich kurz heilen. Die sind hinter mir dran und töten mich, während ich mit den Maschinengewehr fließe. Das sind ganz viele. Ich muss noch heilen. Ich seh hier kein Tor. Achtung. Wann müssen wir? Keine Ahnung. Was ist das zu viele? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist nicht sicher wie. Da runter. Scheiße. Ja. Wir müssen runter zum Erreichen. Komm schon. Ich dachte mir. Gas. Na los. Ruhig rum. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Wo ist die Munition gewesen? Hier bei mir. Ist das Gas? Ja, ist egal. Ich lauf da durch. Es ist niemand da sonst. Und ich bin fast tot. Wir können hier gut verteidigen, wenn ihr wollt. Okay, ich weiß nicht, ob das hilft. Schaut mal, was da drüben alles kann. Nein, nein, wir sind ein bisschen durch runter. Wir sind da durch. Kann ich mir noch eine Munition holen? Ja, wir werden auch. Komm, komm, komm. Ja, hol dir schon eine Munition. Ich helfe dir. Ach du Scheiße, komm. Zurück. Ah, jetzt komm ich. Ja, vielen Dank. Was ich auf der einen gerade geschossen habe. Bauen die schnell zurück. Zurück, schnell. Das ist der jetzt früher, aber. Nein, komm. Heilige Scheiße. Ich komme hinter uns her. Ich komme hinter uns her. Muni war wichtig. Halt, tank, 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 tank. Ah, jetzt kann es der Haufen tanken. Der ist geschockt. Alter Schwede. Das ist ein Munitionsfresser hier. Oh ja. Oh, jetzt weiss ich auch für was meine Tank, äh, meine Elektroshocki gut ist. Ja, ich weiss, ne? Nein, nichts. Kann ich nicht so mehr. Ich habe noch ein paar Schuss. Ich gebe dir ein paar Abtems. Haha, hier hast du eine Mumpel. Oh ja, da ist gut. Ja. Ja. Hier ist noch Heilung. Drei Stück sind da. Ja, nehmt's. Ja, nehmt's. Ah, shit, wir haben. Pssst. Keep it down. Nein, ich behalte noch. Ich heile noch nicht. Ich heile auch noch nicht. Ich bin noch. Abfall noch. Ah, scheiße, ob ich nehme. Die AK. Da steht einer auf. Shaki. Da ist irgendwas. Sprengladung? Wie, den Ausgang? Oh, da kommen später ein paar. Oh, vorne, 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 vorne. Ja, das ist ja so. Oh, shit. Lass uns hier rein, lass uns hier rein. Wir können mal gut verteilen. Ja, das ist safe aus, ja. Oh, das hört sich nicht gut an. Tank? Tank, der Tank. Warte. Schock. Perfekt. Ich schock dich immer und dann lauf ich hinten rein. So, da hoch müssen wir, oder? Ja, ja. Ah, der sieht nicht gut aus, Leute. Der sieht nicht gut aus. Schützt da hoch. Hast du die Reaktion gesehen? Wow. Ja, der Zombie war gut dabei. Wartet. Hier unten ist was zum Sprengen. Ich sprenge. Was ist das denn? PdW ist wie der Gewehr. Ja, die hab ich auch. Die ist gut. Könnte ich mich heilen? Nach Wärter. Ich komme vor wie in Return to Castle Wolfenstein. nein jemand hat das fass angeschossen du scheiße soll das heißen wenn wir sie nicht hier drauf halten ganz ruhig nach vorne schau ich decke hinten ist gut ein paar schauen rechts und ein paar schauen links die müssen eigentlich her oh oh Oh, schu- Die Lauf hier Oh, ich muss mich auffallen Achtung, sie kommen Danke Achtung, hier bei uns Oh, shit, da kommt Säcki doch noch mal Ah, f*** Ich muss mich desinfatrieren Prime up Ja, ich auch Ja, wir müssen ja durch, die kommen nun endlich Ja, wir müssen endlich, wir müssen endlich Das ist wirklich offensichtlich der da Woah, shit Hilfe, ein Screamer hat mich, ich bin schon drin F***, du Scheiße, wir sind alles Oh, wir sind Screamer Oh, wir sind Screamer No, we loon Dank Dank Ah Auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn Auf ihn, auf ihn, auf ihn Auf ihn, auf ihn Auf ihn, auf ihn Auf den Screamer Ja Okay, gleich einfach nach vorne Nehmt euch einen Jetzt braucht es noch einen Medikir Ich heil mich jetzt mal Uh, da ist ein Scharfschützengewehr, wer möchte We need to get outside We need to get outside Oh Holy moly Holy moly Holy moly Reloading Okay, pass auf, jetzt hier auf der Straße, wenn wir hier draußen sind, gibt es Turrets, die auf uns auch schießen, also automatische Geschütze Wenn ihr von hinten an die rangeht, weil die haben nur beschränkten Schussradius, könnt ihr sie umprogrammieren Okay 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 Nicht wundern Wenn die auf euch schießen Boah, nicht schießen, lass die, lass die laufen, weißt du auch Ja, aber da kommen ein paar Lass die laufen, naja, ist egal, die Bomben, die Bomben, die Hinsetzen Guck ich mal die Straße an, Alter, was hat ein Leiter Oh, komm, du Scheiße Holy shit Ganz normalen Tag hinter Knopperls halb neun in Deutschland Von hinten kommen sie jetzt, Achtung Und dann? Pass auf, da sind noch FAMOS auf dem Boot Jetzt probieren wir ihn ja dann mal Ich könnte drauf schießen Von hinten kommen sie auch, ne? Oh shit, das habe ich erst jetzt gesehen Oh, da sind ganz viele Ich schaue mir auf eine Umlage Ich folge ja das linke rum Ah, jemand hat wieder so ein Scheiß-Explosive dahin gebaut Oh, ich bin fast durch Ja, ich auch Tank, tank Nice Rhodey, komm her, wo bist du? Ja Im Schatten Tank, 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 tank Oh Ich weiß nicht, ich würde gerne Rhodey heilen, aber Ja, geht schon Komm her, komm her Bleib stehen Danke Danke Bitte schön Da hinten ist eine Motoraussäge Hier ist noch eine Heilung Anfänger ich dich, soll ich dich heilen? Oh! Genau So, Freunde, wir müssen das Boot erreichen Und Turret, wie nicht mehr Das Problem ist, wenn wir sie jetzt hier fortifizieren Hat jemand eine Sprengladung? Nein, nein Das findet man hier gleich Ja, hier sind ein paar Toolboxen, aber Wir müssen uns hier verteidigen Das wird echt hart hier Das wird richtig hart Ich komme von allen Seiten Da oben sind noch Leute Und ein Geschütz Oh, oh, prima Ah, ich muss mich mal heilen Ah, ich muss mich mal heilen Wo bauen wir das zweite Geschütz auf? Ich kann noch ein Geschütz aufbauen Hier oben, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht Also, die kommen von der Strasse, wo wir gekommen sind Die kommen da hinten vom Tor Da, wo die Boote sind Hier ist Moni nochmal Von hinter uns hier auch, oder nicht? Genau, von diesem Tor auch, ja Da, wo du sagst Bei mir hier ist Moni Von hier hinten, kann man die nicht, oder was? Ja, wo die bei dir ist Von hinten, vereinzelt Ja, muss man gucken Soll ich hier das Maschinengerät aufbauen, oder nicht? Ja, ja, mach mal Ich gehe da aber ans Maschinengerät Ja, wir haben ziemlich viele Maschinengerät jetzt, ja Red! Code red! A code red has been detected onward Code red is never good news Okay, jetzt geht los A code red has been detected onward A code red has been detected onward Ein Land an die Maschinengewehr Und über das Haupttorenblick Niemand muss, jemand muss, äh, das andere Tor anblick Ich habe auch Haupttorenblick hier Ich bin hier Ich sehe Ich habe das Seite der Tor Rowdy, schaust du dich auch um zu mir hin und wieder zu... quasi.. Rack, soll ich dich noch eleven? Ehh... Erstmal nicht, alles gut. Rowdy. Du schaust auch zu Dennis und zu mir immer wieder, um uns die vom Hals zu halten, links und rechts. Ja, ich versuch's. Falls die von hinten kommen, wir schreien! Also ich muss dass ich das Boot rufen. Haben wir alles durchsucht? Zell ich mal ruhig denn zu ihm, Rowdy. Oh shit, die kommen da sofort hoch. Das ist das Problem. Da ist ein Durchgang zwischen uns beiden. Die müssen dann aber zum Boot laufen. Denk dran, wir müssen rechts halt nicht los. Oh shit, hinten Hagels. Und dass es uns kümmert. Krass gut. Da ist er uns. Hast du ihn? Nein, noch nicht. Er ist, er lebt. Du sagst mir, wenn ich weg soll. Oh, ich hab den Tank. Oh, ich bin wieder bei mich rum. Der Dreckiger hat pinifiziert. Na gut. Ganschiss. Okay, jetzt kommen sie von rechts. Shit. Ja, dann kümmere ich mich hier um den Arsch frei halten. Ich geh da rüber. Ich komme auch vom Haken aus. Wieder reloaden kann. Oh. Shit. Müssen die Winde nochmal neu steifen. Shit, sie kommen von oben. Oh shit. Ich bin hinter dir. Ah, auf das Gewehr. Fett'n Bastarder, Alter. Wir starten an die Winde nochmal rein, ne? Sie kommen frontal. Ich geh'n zwischen die Gewehr. Oh shit, wir kratten. Oh shit, wir kratten. Oh. Oh. Das geht nicht. Wir schießen drauf. Ach, keine Gewehr mehr. Ich hab kein Maschinen hier im Gewehr mehr. Wo ist eigentlich die Munition her? Hier unten Muss braucht Munition Ja ich schon Brody da, okay Ah da drin Von rechts kommen sie auf über das Dock Oh shit Oh scheiße Da Da Du die Winde Fuck ich komm zu dir Start die Winde neu, aber ich brauch die Talion Ja warte, 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 ich hab das Die Kramen voll Shit Shit, shit Ja Sie ist sehr, ähm, fesselnd, sagen wir's auch Was war das jetzt halt? Hinter dir, hinter dir, hinter dir geht der Heyz, wer war das schon Alright Brenn Brenn Brenne, Moussalem Hey, kommder, los Bern Wek ich sea, los, alle auf, aus Bord Alle auf Bord Die Schrank weg,رب� Gericht, Gericht, Giants Ja, komm, komm, komm Ich bin da, Kaym, sterf Sparsch Ska, ich geb Broadway Pump Antrag Da krieg's Kampf! Hilfe! Reload! Kampf, rein ins Boot! Ins Boot, ALM! Guck mal, das war doch nicht mehr viel. Ja, die zwei drei. North to Lake Champlain. Yeah, we should be safe there. Können wir das jetzt ab? Das hat mich ja ertrinkt. Doch, die ertrinken. Das sind ja Menschen nur noch. Ja, doch. Du musst ja auch kein Ketchup machen. Genau, die verbluten auch. Seien sich Guri über den Bastard. Schaut, wie eingespielt wir sind. Bam, bam, bam! Ich dachte, jetzt sind cool, mir noch schnell Granaten und Horrorbar rein, aber das ist sich nicht mehr was gegangen. Brutal. Puh, Kilo! Wunderbar. Ich sag schonmal vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. New York, Kapitel 4 würde ich mal sagen. Ciao! Wunderbar. tastes work in Google. Also... Know, we have remembered our boat,